Musik Moin Leute, heute werde ich euch einen kleinen Uploadplan geben für die Zeit, ich werde es mal provisorisch machen bis Ende 2020, Silvester oder Weihnachten, irgendwie werde ich es bis dahin durchziehen, dass jeden Tag jetzt ein Video auf Planet Gaming hochkommt, jeden Tag eins Leute, ich gebe mir wirklich Mühe, morgen kommt ein Minecraft Baubattle von Banane und mir, kommt jetzt jede Woche eins, Grusel geht raus an Banane, übermorgen kommt ein chaotische Fahrtenvideo mal wieder raus von ETS2 und den Rest möchte ich mal schauen, wo die Decke am Stuhl hängt oder andersrum. Und ja, das wollte ich euch einfach mal kurz so sagen und einfach mach's gut und da müssen die Leute nicht immer bis Sonntag, weil ein bisschen Haufen Videos kommt jetzt einfach jeden Tag eins. Wenn es mal mehr ist als einer, beschwert euch nicht, seid froh und ja, jetzt habe ich euch die kleine Information gegeben, abonniert mich fleißig und schaui baui baui.